herzlich willkommen zum hund alleine lassen podcast mein name ist larissa dubau und in diesem podcast gebe ich dir tipps und tricks wie du deinen hund entspannt alleine lassen kannst hallo und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge heute habe ich wieder ein ganz besonderes team mit an bord und zwar verena und vera beziehungsweise ist heute verena für beide stellvertretend dabei mit ihrer golden dudel hündin sally wir begleiten die drei seit anfang des jahres also seit anfang 2023 und sie konnten in dieser zeit schon echt viele tolle erfolge erzielen und haben aber auch eine ganz besondere geschichte und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen denn sally litt nicht von anfang an so massiv unter trennung stress dazu erzählen wir aber gleich mehr herzlich willkommen schön dass du hier bist verena ich freue mich total dass du da bist magst du dich sally und auch vielleicht wäre einmal kurz noch mal vorstellen und so ein bisschen erzählen wie ihr zueinander gefunden habt hallo larissa total nett dass du da bei dieser folge an uns gedacht hast ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen und ein bisschen was über die sally zu berichten und ja also wie gesagt ich bin die verena ich bin 46 jahre alt ja und meine kleine familie besteht aus meiner frau vera und unserer kleinen sally die ist unser sonnenschein wir leben ein bisschen am waldesrand und haben ein tolles eigenheim und die sally genießt den garten und ja wir genießen die sally auch sehr richtig schön bei sally war es ja so dass sie nicht von anfang an unter trennung stress litt wie war das so bei euch magst du einmal erzählen wie ihr euch kennengelernt habt wie das so in den ersten steps war als ihr sally bekommen habt auch so wie ihr das allein bleiben angegangen seid wie es damals war bei uns war es so die sally ist 2022 zu uns gekommen als klassischer welpen mit neun wochen alt was ganz toll war sie hat sofort wohlgefühlt bei uns daheim sie hat da überhaupt keinen stress irgendwie gehabt sie ist in meinen armen eingeschlafen sie hat gekuschelt sie hat den schnee geliebt es war dort jenna wo sie eingezogen ist bei uns der erste schnee der eigene garten und sally war einfach ein total nett verschmuster verspielter auch ein bisschen ein frecher welbe was aber süß war sie machte nichts nichts kaputt sie hatte dort die beiß hemmung sie zog an unserer kleidung wir mussten mit ihr spielen und ja es war einfach wirklich schön das alles mitzuerleben und ja wir haben eine riesenfreude gehabt dass das kleine fell knäudel da auf einmal zu uns eingezogen ist und ja es war wirklich schön die ersten zwei wochen hat vera urlaub gehabt was richtig toll war so könnten die zwei ganz viel miteinander erleben ich bin immer am abend dann gekommen und habe dann die kuschelstunden abkriegt vera hat den ganzen tagesablauf mitmachen müssen und ja was ganz toll war dann habe ich zwei wochen urlaub gehabt und habe mir gedacht irgendwie müssen wir das ein bisschen starten und wir versuchen das einfach ein bisschen ich habe mir da auch nicht wirklich viel gedanken darüber gemacht ich habe einfach die schuhe angezogen die jacke angezogen und habe einfach einmal die post geholt und geschaut was passiert wir haben von vornherein eine kamera gehabt das heißt ich habe diese lehmer beobachten können was uns dann auch immer geholfen hat sie hat so eine kleine kaustange kriegt dann ist sie richtung wohnzimmer gegangen und hat dort gekaut am teppich und in dem moment bin ich raus und wieder rein und sie hat mir weder beim rausgehen irgendwie beobachtet beim reinkommen ziemlich ganz ignoriert sie hat die kaustange gehabt es hat wirklich richtig super funktioniert nämlich auch so richtig toll dass man das die nächsten wochen immer bis sie minutenweise aufgebaut haben und dann habe ich gewusst okay sally ist soweit ich kann vielleicht ein bisschen mit dem früheren bus fahren wir klatschen uns ein bisschen abwehren arbeitet vormittag im nachmittag wir geben uns irgendwie die klinke in die hand und so haben wir gesagt okay wenn ich den früheren bus nehmen dann könnte sie vielleicht schon einmal fünf minuten alleine bleiben zumindest die g-richtung bus wenn ich sehe sally hat an stress dann bin ich sofort wieder zurück war nie der fall wir haben dann auch immer dasselbe wort benutzt das heißt ihr habt dann immer gesagt die vera kommt gleich sie hat dann sehen ich ziehe mir an sie hat die kaustange gekriegt und die war weg es war alles problemlos es hat nie einen stress geben sie hat zwar immer dann die vera begrüßt sie hat der freude gehabt aber das ist die sally die sally wird uns immer begrüßen das hat mir bei dir das mal so gut gefallen der rissen weil da habe ich ein video gemacht und ich war da ganz verunsichert wo ich bei sturmfrei angefangen habe weil dazwischen sehr viel war natürlich und dann habe ich gefragt ob ich dir ein video schicken darf und dann hast du gesagt schick einfach ein begrüßungsvideo und durch gesagt das ist ganz in ordnung das ist die sally und es ist so ja das ist auch so man muss immer gucken pro hund also man muss ja immer schauen wie tickt der hund ist das jetzt ein hund der normalerweise nie begrüßen würde so aber das nur nach dem allein bleiben macht dann muss man da natürlich mal genauer hinschauen aber wir haben ich kann erinnere mich da auch sehr gut dran wir haben darüber gequatscht wie sally auch einfach tickt und dass sie halt generell sich sehr freut und das ist ja bei meiner genauso da sind die sich ja recht ähnlich wie in anderen dingen auch und da ist es dann natürlich total normal wenn der hund einen auch nach dem allein bleiben begrüßt genau na das hat super geklappt leider dann bis zur na wir hatten zwei ob es das muss ich nur kurz erzählen die sally hat einen schmalen kiefer geerbt von ihrer mama haben wir aber beim abholen von der züchterin schon auch voran wo für uns auch kein thema war wir haben gewusst okay die erste op steht irgendwann einmal an es wird der kiefer op sein ich bin sofort mit der sally nicht nur zum tierarzt sondern zum kieferspezialisten wir haben das ganze abgeklärt es war dann wirklich so der fall dass der biss nicht gepasst hat und sie immer schmerzen beim kauen gehabt hat und wir haben dann wirklich am 30 märz die erste op gehabt ist super verlaufen sally ist daheim ganz in ruhe aufgewacht bei der vera überarbeiten am nachmittag hat sie sogar schon im garten getobt mit ihrem ball also da hat es überhaupt keinen stress geben aber unser hauptstress war durch diese kiefer op hat unsere sally drei wochen eine kaupause gehabt und das muss man sich einmal vorstellen wenn da jemand im zahnwechsel ist und nix kauen darf dann ist das sehr schwierig und unsere sally ist eine kauerin die sally beruhigt es sehr wenn sie an irgendeinen knochen kaut oder das war schon immer so ja und dann wie auch die seven unsere sally buttelt sehr gerne unser ganzen ganze garten ist umgegraben als würde ein maulwurf dort wohnen und nicht die sally ja aber sie hat sich dann leider immer auch steine gesucht auf die sie kauen hat können weil sie einfach in dem zahnwechsel war und irgendwie ist der wäre dann am nachmittag beim spielen aufgefallen da ist ein stein gelegen der ist jetzt weg wo ist der jetzt jetzt hat sie ihn gerade noch gekaut ja dann ist die vera mit ihr sofort zum tierarzt und haben festgestellt leider ist ja im bauch dieser stein und ja dann hat es eine not ob gegeben und da ist leider viel schief gegangen man darf da aber jetzt niemanden die schuld geben das blöde war es war ein karfreitag der arzt hat dringend weg müssen zu einem seminar hat noch zu vera gesagt wir können sie gleich operieren ich habe nur zwei stunden zeit das ist gleich erledigt weil sonst haben wir ein problem am wochenende es war oster wochenende es war der 16 vierte 22 und natürlich haben uns entschieden für diese op op ist super verlaufen es ist wirklich ein toller arzt den wir da haben nur der musste so schnell weg jetzt hat er probiert die salle auf schnellsten wege aufzuwecken es wurde ist mir im nachhinein erzählt worden ein ein ordner so eine mappe einfach auf den boden kaut salle ist unglaublich erschrocken hat geweint hat einen body angehabt hat sich überhaupt nicht ausgekennt wer war im warteraum hat es mit gehört ist dann hat dann gott sei dank sofort rein dürfen die salle zu sich drücken aber das schon so viel passiert wir haben sie dann mit heimkriegt das häufele elend also ich bin so erschrocken wie sie gesehen habe dann sie hat gezittert sie hat angst gehabt also es hätte einen anderen hund larissa man kann sich das nicht vorstellen es war wirklich schlimm zum anschauen und ja da haben sich tatsächlich ganz drei wesentliche dinge bei der salle verändert zum ersten sie ist sehr schreckhaft worden immer wenn uns in der wohnung was runter fällt oder so springt sie auf wenn ich mit der salle am weg beim spazieren gehe und es ist eine autotür wo zugeschlagen wird und sie sieht sich kein problem aber wenn sie von hinten zugeschlagen wird und die salle ist mit dem rücken schreckt sie sofort auf sie macht richtig einen satz nach vorn wobei wenn man die salle kennt ist sie überhaupt gewitter donner es macht ja gar nichts aus silvest wird heuer wieder spannend weil sie liebt raketen es kann gar nicht laut genug sein für die salle es ist spannend was da alles passiert man muss sie beim ärgsten hagelsturm in die wohnung zurückholen weil sie einfach überhaupt nicht schreckhaft ist und das ist gut so aber in da haben wir ein kleines mangel aber das ist wenigste das zweite ist die salle frisst nur mehr aus meiner hand was jetzt nicht ganz ein riesenproblem ist aber es ist auch mühsam das heißt sie frisst nicht mehr vom napf man muss ja alles eingeben sogar das nassfutter am abend gebe ich ihr mit meiner hand ich versuche die schüssel hinzustellen keine chance schaut mich an was soll ich damit okay dann kriegst es halt mit meiner hand und anscheinend passiert das ganz viel bei bei hunden die giftköder erwischt haben dass sie kein vertrauen mehr haben was da auf dem boden ist deswegen muss man sie ihnen mit der hand geben machen wir aber auch schon kleine fortschritte immer das letzte vom schüssel schlägt sie langsam aus aber das schlimmste natürlich das allein bleiben funktioniert überhaupt nicht mehr ja das ist echt extrem geworden als ihr bei uns gestartet seid das stimmt und finde ich wahnsinnig interessant aber auch erschreckend ja was dann op schock eben auslösen kann ja sie hat komplettes trauma gehabt also nicht nur die selbe sondern auch wir muss ich ehrlich sagen uns hat es auch sehr mitgenommen ja und dann haben wir einfach probiert die selbe wieder ein bisschen zu mobilisieren und das allein bleiben war eigentlich einmal die nächsten paar zwei drei wochen im hintergrund ganz ehrlich selbe war recht zackig in den bewegungen bis wir mal wieder den normalen alltag so gehabt haben hat alles ein bisschen gedauert und selbe hat sich auch weiterhin noch immer mit dem butteln so beschäftigt und mit ihren steinen dass da immer noch ein stress bei uns da war und da haben wir uns einfach gedacht wir holen uns jemand einen verhaltensberater der kennt sich das sicher aus ja dann haben wir gegoogelt und dann sind wir auf einen ganz tollen verhaltensberater so ist es da gestanden den nehmen wir ganz wurscht was das kostet der soll uns zeigen erstens einmal was man mit dem butteln machen wie das mit den steinen funktioniert man zweifelt ja dann auch selber an sich okay da ist jetzt irgendwas schief gegangen auch mit dem alleine bleiben habe dann gemerkt immer wenn ich mich richtung tür bewege oder einfach nur in die küche sie springt sofort auf ist immer hinter mir her gewesen ich habe den geschirrspieler nicht mehr einräumen können sie sich unter dem geschirrspieler gelegen auf meinen füßen es sie hat sie sie sich an meinen fersen geklebt ja vor allem was ja auch wirklich auf deine person ganz ganz stark bezogen also trennungsstress plus echt ein thema damit wenn du dich weg bewegt hast vor allem ja hauptsächlich bei mir die wäre hat sie gehen lassen das war nie ein thema lustig die selle lässt mir auch mit da gehen wenn sie weiß ich gehe in die arbeit wenn die wäre da ist aber dass man so den tausch machen mit ein paar minuten oder ein paar sekunden oder nein es ist gar nichts mehr gegangen gar nichts mehr ja und dann ist dieser herr zu uns gekommen dieser verhaltenstrainer der war drei stunden bei uns hat ein vermögen gekostet und es waren wirklich drei schreckliche stunden larissa zeli ist unser erster hund wir haben wirklich keine erfahrung gehabt und er hat uns da ein bisschen was erzählt er hat auch eine studio über wölfe gemacht und ja es war unglaublich er hat das selbe an futtersack hingeschmissen und hat sie dann probiert dass sie ja nicht zu dem futtersack hingeht was der selbe aber sowas von wurscht war weil die selbe ist ein pudel sie interessiert futter überhaupt nicht und da hat er sie eigentlich sehr gelobt bei den steinen hat er gemeint das müssen wir also bissel dann soll man sie einfach nicht mehr in den garten lassen was eigentlich unglaublich war also er hat uns weder mit einem aussignal noch schon irgendwie eine hilfe geboten er hat nicht einmal gemerkt dass die selbe einen trennungsstress hat oder ein trauma ganz schlimm war dann war wo er gesagt hat was tut sie jetzt auf der couch dann hat sage die selbe darf auf die couch das ist unglaublich hat er gemeint da stimmt was mit unserer rangordnung nicht also da haben wir komplett also sie kontrolliert uns von vorn bis hinten wir machen im grunde alles falsch und ja noch diesen drei stunden während immer fertig wir haben das glaube ich haben jetzt alles falsch gemacht er wollte dann mit uns noch weitere termine haben und spaziergänge und ich bin eigentlich immer so typ mensch wo immer nach meinem gefühl gegangen ist und es war eigentlich immer der richtige weg für mich und habe dann gewusst nein der kommt mir nicht mehr ins haus und ja dann habe ich weitergegoogelt larissa und wir haben zum glück mit der selbe schon ein welpen training gestartet wo die selbe ich glaube elf wochen war mir haben da recht früh angefangen ich wollte immer haben dass die selbe keinen stress hat vor irgendwelchen menschen hunde vor gar nichts für mich war immer der selbe soll es gut gehen und sie sollte gute sozialisierung haben und haben dann unsere hundetrainerin angeschrieben leider ist die weiter weg und sie konnte nicht kommen hat uns dann aber eine hundetrainerin in der nähe empfohlen und das ist die julia und ich habe sie angeschrieben und es hat gepasst also sie ist gekommen und das sehr aufgeregt die selbe aber sie kann sofort wieder aber fahren ist das gut also und die selbe ist dann sofort auf die couch gesprungen weil sie wollte sie begrüßen und dann sagt sie oh darf sie auf die couch und dann sage ich ja und dann sagt sie finde ich super ihre hunde dürfen auch überall hin und die war mir sofort sympathisch sie hat dann auch das thema wir sind sofort im garten dann raus die selbe hat sich sofort natürlich einen stein geschnappt sie hat mir dann auch sofort zeigt wie kann ich der selbe den stein abnehmen wie kann man aussignal aufbauen selbe hat sich super wohl gefühlt bei ihr und mir war die julia von anfang an sympathisch und wir haben da wirklich viel gemacht mit der julia und sie hat gesagt bleibt auch bitte dran beim alleine bleiben ja wieder habe ich sie was erzählt sie hat gesagt wenn sie das einmal gehabt hat dass sie wirklich zehn minuten viertelstunden sie vergisst es nicht probiere einfach kleinschrittiger geh einfach raus oder zieh dir die schuhe an oder einfach dran bleiben und ja es hat aber nicht geklappt und was ich bei der julia auch so schätze ich habe dann wirklich bis ende des jahres letztes jahres bis dezember mit der julia so viel aufgebaut mit der selbe und die selbe kann wirklich alle möglichen tricks und begegnungen und die selbe ist wirklich eine tolle begleiterin und hat überhaupt keine angst vor nichts mehr aber das allein bleiben haben wir mit der julia nicht hinkriegt und dann habe ich gesagt ich habe da jemand mit sturm frei und die larissa hat das gleiche erlebt und hat sie gesagt oh eine spezialistin und das hat mir auch so viel kraft gegeben weil sie gewusst hat sie kann bis daher und nicht weiter und dann hat sie gesagt macht es das probiert es das sie kommt mit mir da auch nicht mehr weiter und ich habe dann gesagt im moment schauen wir dass wir da dran bleiben und dann machen wir wieder einen kurs bei ihr und ja wir sind heute noch immer wieder mit der selbe bei der julia und auch heuer wo man dort hat sie gesagt unglaublich wie toll sich die selbe entwickelt hat ich bin auch sehr zufrieden dank euch natürlich weil du und die kathleen es war wirklich das beste was uns passieren hat keinen in diesem moment ganz klar danke larissa und danke kathleen die hauptarbeit die macht ihr ja ich erinnere mich auch noch genau daran wie wir telefoniert haben da war ich gerade in tarifa und dann haben wir telefoniert und dann seid ihr auch ein paar tage später schon bei uns gestartet und genau magst du mal so ein bisschen berichten von den erfolgen die ihr schon erreicht habt ihr war es war ja wirklich so ihr seid gestartet und sally ist dir einfach viel hinterher gelaufen war super anhänglich ganz ganz doll aufgeregt wenn du nicht da was wieder kam es auch noch länger ja sozusagen also da ging es ja gar nicht primär um die begrüßung oder so sondern wirklich dass sie ja sie war sehr anhänglich gerade was was dich betrifft und es war ja wirklich so du hast mir letztens das video noch geschickt dass wir erst mal trainiert haben dass du einfach mal ein zwei schritte im schlafzimmer von ihr weg gehen kannst oh ja ja wir haben dann wirklich schnell mit sturmfrei gestartet gott sei dank und ja das erste video da habe ich mir echt gedacht soll ich das jetzt wirklich los schicken wir waren davor schon besser am weg haben dann aber leider die schlafzimmertür zugemacht und da ist bei sally dann wirklich was passiert es war nur ein paar sekunden aber ich habe immer gewusst da hat sie irgendwas sie ist vom bett runter gesprungen hat dann die schlafzimmertür richtig zerkratzt ich bin sofort wieder rein aber da hat sie richtig an stress gekriegt und ich habe dann das erste video gemacht da ist sie mir wirklich die augen folgen überall hin und sally ist überhaupt nicht zur ruhe gekommen und ich denke mir oft wie schlimm ist das für eigentlich für die sally gewesen damals weil sie sie hat sie kann nicht loslassen sie hat mir immer kontrollieren müssen wo ist sie jetzt was macht sie jetzt warum geht sie weg das ist ja mega stress für den armen hund habe ich mir gedacht und ich habe dann dir das video geschickt und ich habe super nett gefunden larissa du hast mich gelobt wirklich wie toll ich das mache das war dein erster satz und ich habe gar nichts gemacht und das ist eigentlich überhaupt kein gutes video aber was ich so toll finde ihr macht das mit das ganze team wirklich mit hundmensch es wird nicht nur der hund ihm angeschaut sondern auch wie mir was machen und wir kriegen da so viel motivation von euch und so viel lob mit und ich habe da beim ersten video gewusst ich bin da völlig richtig und ich schaffe das mit der sally kann da weitermachen du hast mich gelobt wie toll langsam ich da vorangehe wie langsam ich mich bewege du hast mir sofort auch gleich einen tipp gegeben wo wir einfach einmal stehen zu bleiben und schauen ob die sally ein bisschen ruhiger wird es hat super geklappt am nächsten tag war das video ganz anders und das ist nur ein paar stunden dazwischen also diese feedbacks ist eigentlich das wichtigste für mich gewesen und so haben wir auch gleich am nächsten tag wieder gewusst okay larissa hat gesagt oder katalina hat gesagt probier das und wir haben es umgesetzt und es hat funktioniert und das ist das was ich bei der julie oder bei anderen nicht gehabt haben die haben diese videos nicht kontrolliert wie sollen sie auch das ist das ist euer thema und ja wir sind da wirklich super dankbar dass das so super klappt bei euch genau ich finde es immer schön also auch echt super stark von der julia einfach mit anderen trainern zu arbeiten das machen wir ja auch ganz viel wenn wir haben ja auch ganz viele teams dabei die andere themen haben wo wir auch sagen so so das geht jetzt über unsere expertise hinaus da müssen wir zu tief reingehen auch die kapazitäten haben wir gar nicht weil wir ja nur das allein bleiben mit den teams machen und das du weißt wie aufwendig das ist und ich bin immer dankbar wenn ich einfach andere trainer habe die ich empfehlen kann und wenn dann miteinander ist weil das bringt euch ja viel viel mehr als wenn ja so das ego rein spielt und man sagt niemand muss das jetzt alles irgendwie bei uns machen oder andersrum von daher finde ich das auch echt richtig richtig schön weil so konntet ihr ja mit verschiedenen menschen viel erreichen für euch und das ist halt das wichtigste ja da hast du recht larissa magst du mal erzählen wo ihr jetzt so ein bisschen steht also wie hat sich das bis jetzt entwickelt also wir sind seit jenner seit das erste video war zweiter feber das wir dann geschickt haben und ja seitdem sind wir ständig beim trainieren eigentlich fünf mal die woche zwei pausentage und ähm es ist unglaublich toll ähm wie schnell wir also ganz lustig war wir haben beide trainiert natürlich die vera und ähm im wohnzimmer ich im schlafzimmer wir haben nicht gewusst wo die reise hingeht ähm soll wir die celli nur in einem raum lassen soll mir die ganze wohnung zur verfügung stellen und das war auch so toll bei euch es hat gesagt wir schauen einfach wo es hingeht die vera soll da trainieren ich da oder wo die celli gerade ist da soll wir es machen und wir haben uns da eigentlich gar nicht viel gedanken gemacht jeder hat so sein ding gemacht die vera hat tatsächlich schon in phase 2 starten können also sie war ein bisschen aus der sicht ich habe mit phase 1 beginnen müssen und habe einmal schauen müssen damit sie nicht immer mehr hinterher springt das war eigentlich glaube ich ganz ganz schwierig für die celli und bin aber auf einmal dann so schnell in phase 3 gewesen und ähm jetzt sind wir in phase 4 das heißt es gibt fünf phasen in sturmfrei wir sind jetzt schon in phase 4 beide die vera und ich das heißt ich habe sogar die vera ein bisschen überholt ich bin jetzt diejenige die schon zehn minuten vor der tür steht und ähm ich muss sagen es funktioniert nicht immer aber zehn minuten kann sie jetzt eigentlich recht gut haben von der zeit wahrscheinlich geht auch ab und zu ein bisschen länger aber wenn ich mir so acht bis zehn minuten vor nehme und das feste ich glaube da sind wir jetzt ganz gut und ganz toll sie kann wirklich sehen ich bewege mich in richtung tür ich ziehe mich an es ist überhaupt kein stress es ist sogar lustig manchmal begleitet sie mich sogar bis in richtung tür und denkt okay geh du nur ich gehe ins schlafzimmer da spielt nämlich der bethofen die celli entspannt mit bethofen und ja ja und das wahnsinnig schöne ist es geht ja beim allein bleiben training darum für die hunde auch strategien aufzubauen das heißt es wird ja irgendwas zwischendurch kommen und das haben wir ja jetzt auch schon häufiger gehabt ein geräusch von außen oder so wo die hunde aus ihrer entspannung gerissen werden weil sie was hören und ähm bei den trennungsstresshunden und das war ja bei ihr ganz krass sobald sie am anfang aus der entspannung gerissen wurde ist sie sofort da war hatten wir ja noch mit der mit dem geschlossenen schlafzimmer trainiert sofort ja hingegangen zur tür ähm und jetzt ist es ja tatsächlich so dass sie teilweise einfach den platz wechselt oder sogar das zimmer wechselt und sagt naja ich lege mich jetzt einfach auf die couch und entspanne mich da weiter und das ist halt das a und o und das ist so so wertvoll weil sie da halt eben zeigt äh sie kommt gut damit zurecht dass ihr nicht dabei seid sie stellt ja immer wieder fest also sie merkt ihr geht aber auch zwischendurch stellt sie immer wieder fest ach frauchen ist nicht da und das ist ihr egal also sie legt sich dann einfach wieder hin und das ist so so schön und das freut mich sehr für euch wirklich ein ganz ein toller fortschritt ist auch noch immer wieder im laufe des tages wenn ihr irgendwas zu viel ist zu laut ist dann legt sie sich allein ins schlafzimmer das hat sie schon als welpe gemacht bis zur op immer wieder ist sie da alleine schon als als baby ins schlafzimmer und hat gewusst okay jetzt bin ich müde jetzt gehe ich in mein bettel jetzt schlafe ich ein bisschen sie sind eh da und kommen dann irgendwann raus und das hat sich relativ schnell ich glaube nach zwei monaten bei sturmfrei hat sich da so viel so kleinigkeiten getan ich bin in der früh aufgestanden Richtung badezimmer sellisch mit zack auf meinem badevorleger am liebsten wäre sie noch zu mir in die dusche und auf einmal denke ich mir wo ist sie denn heute und sie liegt im bett und da habe ich mir gedacht wow was passiert denn da jetzt und ja mittlerweile sie sie sucht ihre eigenen plätze sie hat mir ein bisschen losgelassen und ja es haben sie auch so viele tolle kleinigkeiten zusätzlich da rundum herum ich glaube das geht alles so hand in hand wenn sie weiß wenn sie mehr vertrauen hat okay dann ist eh alles gut dann lege ich mich da hin und so wie du sagst sie hat eine tolle strategie schon entwickelt und für mich auch vom gefühl her ich will ja dass es meinem hund gut geht ich liebe die selli ja über alles und es gibt nichts schöneres wenn ich weiß sie ist im schlafzimmer ich kann mit ruhe kochen oder ich kann mit ruhe das machen und ihr geht es gut ja da kann man selbst auch irgendwie ein bisschen besser loslassen als wenn man das gefühl hat ich bewege mich weg und der hund leidet darunter schon wenn ich nur außerhalb der sichtweite bin ne ja nein das kann ich nicht haben wenn ich weiß selli hat mega stress und besonders weil sie bären bellen gehört habe und da an der tür kratzen da ist man echt das geht nicht wenn es nur sekunden sind das ich kann das kann ich nicht haben das ganz besondere bei euch ist aus meiner sicht wir trainieren ja jetzt wirklich schon lange zusammen dass ihr immer positiv an die sache herangeht und es ist ja nicht so dass es nicht auch mal irgendwie gehapert hat zwischendurch das ist ja ganz normal dass es mal ein bisschen rückschritte gab oder ein bisschen stagniert hat hat aber ihr wart immer positiv was ist euer trick wie schafft ihr das immer wieder euch selbst zu motivieren und positiv ins training zu gehen ah Larissa also in erster linie ich bin ein glücks kind schon mein ganzes leben lang und jeder irgendwie der mit mir sagt die wäre immer in berührung kommt hat glück und ich bin immer so ein positiver mensch und ich genieße auch das leben so und viele denken sich die spinnt aber es geht mir einfach nur gut und ja das ist auch gut so und ich schaue immer wenn ich jetzt denke eineinhalb jahre sind jetzt zwischen dieser op und wir sind jetzt ganz gleich weit als wie vor eineinhalb jahren ich war da zehn minuten vor der tür und jetzt bin ich auch wieder zehn minuten vor der tür jeder würde sagen eineinhalb jahre sind komplett verloren für mich ist das ich habe so viele fortschritte gemacht ich habe die salle so kennenlernen dürfen durch das dass ich sie auch über die kamera so ich kann sie richtig lesen jetzt ich weiß wie sie tickt und es hat sich auch so viel positives da bei uns entwickelt auch wir sind gewachsen und auch wenn es schlimm war die op und auch wenn die eineinhalb jahre jetzt wirklich viel waren ich möchte sie gar nicht missen es ist alles gut so wie es ist und ich weiß die salle schafft es mit uns und ja ich muss ab und zu die wäre ein bisschen motivieren die wäre komplett das gegenteil von mir und mit ausdauer geduld und ich schaffte negativ die wäre wollte jetzt bei stufe vier aufhören habe ich gesagt um gottes willen wir sind schon soweit schau wo haben wir angefangen wo sind wir jetzt wie toll macht die salle das wie toll geht es der salle dabei und nein also ich kann wirklich nur sagen ich bin glücklich da wo wir jetzt sind und ich weiß in einem halben jahr geht er unten beim mini m einen kaffee trinken das glaube ich auch da glaube ich fest dran ich glaube auch dran ja und die salle wird da ganz entspannt sein und ich weiß wir schaffen das und es ist alles gut ja das ist eine unglaublich tolle eigenschaft die sich so positiv auf das allein bleiben training auswirkt also wahnsinnig schön wirklich auch die ruhe die ich habe ist für die salle ganz wichtig wäre ich eher ein bisschen der nervösere typ deswegen glaube ich schafft sie jetzt noch nicht die zehn minuten das hängt gar nicht von der salle ab sondern die wäre geht eher dann raus oh mein gott hoffentlich bleibt sie liegen hoffentlich geht es ja gut aber so sind menschen sie sind verschieden so wie unsere hunde und die salle ist ja auch so eine sensible und kriegt da so viel auch mit von uns wie geht es uns und ja ich finde einfach wenn man wirklich das positiv startet und davor vielleicht ein bisschen meditiert was ich sehr gern mache oder wirklich ein bisschen bei sich bleibt und einfach loslässt auch und sagt hey sie kann das und ich gehe jetzt da einfach raus und salle schafft das dass da ganz viel passiert dann ja absolut absolut richtig richtig schön verena das war super super interessant wir kommen so langsam zum ende der podcast folge gibt es irgendetwas wo du sagst das würdest du gerne anderen teams mit auf den weg geben wo die hunde auch unter trennungsstress leiden auf jeden fall durchhalten durchhalten dranbleiben ist ganz wichtig und das erste verständnis für deinen hund zu haben weil er macht es ja nicht einfach so sondern der braucht das dass man an die hand nimmt und wirklich da abholt wo er gerade steht und ganz wurscht wie lange das dauert es ist ganz ganz wichtig dass man wirklich dem hund die zeit lasst die er wirklich braucht und ja ganz viel geduld und vertrauen in sich und vertrauen in deinen hund auch vor allem dass du weißt das geht gut das schaffen wir zwei und was ich noch immer gern mache ich belohne mich immer recht gern wenn es ein stück schokolade ist oder einfach einmal ein tolles buch dann auch kaufen wo ich sage wow wir sind jetzt in phase vier es kann gar nicht mehr viel schief gehen heute gönne ich mir was oder ich gönne mir einfach einmal einen tag im schwimmbad und sage vera bitte pass du auf die salle auf heute ist mein freier tag und das ist auch so wichtig kraft zu schöpfen wie der neue und dann startet man wieder viel leichter ins training genau so ist es also richtig richtig toller tipp einfach den akku immer wieder aufzuladen weil sonst ist der irgendwann leer und dann kann man nicht mehr weitermachen und das machst du ja intuitiv genau richtig also total schön so so cool dass du heute hier warst und danke dass du deine story mit Sally geteilt hast und einfach mal euren weg erzählt hast und auch so viele schöne persönliche einblicke gegeben hast ich glaube dass ganz ganz viele tipps ganz ganz viele teams wirklich da ganz viel mitnehmen können und ja du die auch einfach inspiriert hast durch euren weg durch eure geschichte also vielen dank dass du heute hier warst Larissa vielen dank danke für eure tollen tipps immer für eure feedbacks für eure netten telefonate wirklich immer wir haben euch beide wirklich sehr ins herz geschlossen und Gott sei Dank haben wir noch eine zeit zusammen wo ihr uns noch ein bisschen begleiten könnt und danke für alles es macht es wirklich mega mega toll danke ach danke für das liebe feedback und wir haben euch auch echt sehr ins herz geschlossen und haben einige teams mit denen wir auch nach sturmfrei immer noch kontakt haben weil es einfach so ist wenn man so lange zusammenarbeitet und bei uns wird es dann ja auch ein Jahr sein vielleicht ein bisschen drüber dann dann ist das einfach eine wahnsinnig lange zeit wo man sich ja auch irgendwie kennengelernt hat und man hat auch obwohl wir uns ja nicht persönlich sehen haben wir immer das Gefühl wir sind irgendwie mit dabei und kennen Sally auch obwohl wir Sally auch noch nie live gesehen haben aber das ist einfach eine Zeit wo man echt zusammen wächst und da freuen wir uns immer auch wenn wir danach noch Kontakt haben und immer von euch hören und da bin ich mir sicher dass wir auch langfristig in Kontakt bleiben aber ich freue mich dass wir jetzt erstmal noch eine Zeit lang gemeinsam trainieren ich freue mich dass wir noch bestimmt richtig coole Fortschritte machen und Sally weiterhin zeigen dass das Alleinbleiben eine ganz sichere Angelegenheit ist für sie ja und somit kommen wir zum Ende der Podcast Folge ich hoffe dir als Zuschauer Zuhörer hat es sehr gefallen ich hoffe du konntest einiges mitnehmen du hörst uns hier wieder in zwei Wochen beziehungsweise vorwiegend mich mit einem anderen Thema ich freue mich wenn du wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit bis dann den Tag und nachdem das bis dann bis dann